Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zum Erntedankfest. Schauen Sie mal hinter mir, sieht das nicht toll aus mit den vielen schönen bunten Garben? Mir läuft direkt das Wasser im Mund zusammen. Ich bin äußerst dankbar für die gute Ernte in diesem Jahr. Obwohl es so heiß und trocken war, sind unsere Erträge in Bäranien reichlich. Unser ausgeklügeltes Bewässerungssystem hat sich absolut bewährt. Ich habe mir gerade eben schon mal einen von diesen tollen roten Äpfeln geschnappt. Mhhh, köstlich. Also wirklich, Eure königliche Majestät. Sie zerstören doch die ganze liebevolle Dekoration, wenn Sie da einfach etwas rausnehmen. Außerdem sind die Garben auch gar nicht für Sie bestimmt. Äh, wieso das denn nicht? Was soll das denn heißen? Ich bin schließlich der König. Ich kann doch wohl immer noch selber entscheiden, was für mich ist und was nicht. Aber Eure königliche Majestät, das sind doch die Erntedankgaben. Erstens sind die für den heutigen Feiertag gedacht und zweitens spenden wir doch jedes Jahr alle aufgebauten Gaben an arme, hungrige Bären in Bäranien. Na, dann spende ich den Apfel halt gerade an mich selbst. Ich bin schließlich auch ein armer, hungriger Bär. Ach, Sie sind wirklich unmöglich, Eure königliche Majestät. Wenn es danach geht, können Sie ja gleich alles selber essen. Sie sind doch immer hungrig. Das stimmt allerdings. Hm, wenn ich das richtig verstehe, dann meinen Sie also, es wäre vielleicht besser, die Erntedankgaben nicht zu spenden, sondern lieber selber zu essen? Das fragen Sie jetzt nicht allen Ernstes, Eure Majestät. Aber der Vorschlag kam doch gerade höchstpersönlich von Ihnen. Ich muss sagen, die Idee gefällt mir. Mein Magen knurrt nämlich ziemlich. Ich war etwas spät dran heute Morgen und konnte mir deshalb zum Frühstück lediglich zehn Brötchen und fünf Eier auf die Schnelle einverleiben. Ich hatte nicht mal eine Pfanne Speck. Ich fühle mich richtig etwas wackelig auf dem Bein. Also, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin sprachlos. Ach, dass ich das noch erleben darf. Das heißt, das Essen ist freigegeben? Vielen Dank. Ihr Mitgefühl tut wirklich gut. In dem Fall, liebe Zuschauer, werde ich dann jetzt doch erstmal ein kleines Erntedankmal einnehmen. Ich hoffe, euer Tisch ist ebenfalls prei gefüllt. Und wenn euch mein Film gefallen hat, gebt mir wieder ein Like. Teilt den Film mit anderen und abonniert meinen Kanal. Vielen Dank dafür. Guten Appetit. Tschööö.